UNTERTITELUNG Du schnullst ab und gehst nach. Es braucht Kraft, denn Konzentration um etwas zu gewinnen, von was man eigentlich Angst hat. Ich bin gespannt, ich freue mich sehr. Tschüss! Ich liebe dich! Der Sturz war eigentlich ein sehr kleiner Fehler. Ich hätte sterben können. Das ist eine Gratwanderung. Wir haben einen Schlag. Dann brauchen wir nachdenken über die nächsten Meter. Da fängt man nicht mehr nach. Hoffentlich geht das gut aus. Wir haben einen Schlag. Wir haben einen Schlag. Streif. One hell of a right.